Der wilde Räuber Donnerbubs Band 1, die Räuberprüfung. Krabumm, heilt es durch den Donnerwald. Gefährliche Räuber sollen dort hausen. Deshalb sieht man auch selten jemanden hineingehen und noch seltener jemanden wieder herauskommen. Robin aber traut sich trotzdem hinein und wird prompt von der wilden Bande gefangen genommen. Doch gewitzt, wie er nun mal ist, fordert er die weniger gewitzten Räuber zu einem Wettstreit heraus. Hauptmann Donnerpubs lässt sich jedoch gar nicht gern an der Nase herumführen. Ein pupsgeladenes Abenteuer in einer schrecklich wilden Räuberwelt. Aus dieser Serie gibt es noch weitere Bücher. Sie eignen sich zum einen natürlich zum Selberlesen, aber auch zum Vorlesen. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020